Musik So, herzlich willkommen meine Lieben zurück zu einer neuen Folge Naruto Shiba, der Ultimate Ninja Storm 4 Und wir sind jetzt in einem Kampf in Zeit und Raum Und zwar, wie man auch schon im Hintergrund wahrscheinlich sieht, das ist Kakashi und Obito der Kampf von den beiden In dieser parallelen Welt, die der Obito da erstellen kann und der Kakashi mit seinem Scheingang Obito Dein Traum ist, dass er der Hokage sein wird Das ist, was Naruto immer träumt Unbewusst Und zwar, du sahst dich in ihm und seine Worten auszulich, sie als ob sie deine Seid ihr selbst? Du willst, dass du von deinem alten Selbst verabschiedst, nicht wahr? Es ist, dass ich genau wie Naruto fühle, dass ich es alles will, und es nicht alles will. Und eine weitere Sache. Es ist presumpte für dich, dass du irgendwelche Angst vor mir fühlst. Wenn du denkst, dass die einzige Grund, warum ich diese Krieg habe, war wegen dir und Rind, dann hast du alles falsch gemacht. Ich weiß über alles. Ich weiß auch, dass sie durch die Mist getötet hat, der sie zu werden, um Genchuriki für die 3-Tales. Und... Angst, dass die Macht des Geist des Geist des Geist wird, Rind hat gewonnen. Rind hat gewonnen, um zu sterben. Du wusstest, also warum? Warum? Für mich, ein Kakashi, der nicht able zu retten, Rin ist nur ein Fake. Also, für mich, Rin war eine Person, die nicht sterben sollte. Das bedeutet, dass die Rin, die sterben, sollte ein Fake sein sein. Das Shinobi-System, die diese Situation erschaffen hat. Und mit den Villagern und den Shinobi selbst. Diese Welt selbst ist das, was mich wirklich mit Angst hat. Diese Fake-Wirld. Sie nicht vergessen, was Naruto sagte? Nicht zu haben, dass es reale Freunde in deinem Herz ist die größte Sache. Jetzt. Sie versuchen, die reale Rinne zu retten. Kakashi. Ich bin jetzt komplett leer. Es gibt nichts, aber ein Vögel in meinem Herz. Ich fühle mich nicht mehr. Ich fühle mich noch nicht mehr. Ist das, warum du versuchen, diese Verlust mit deinen eigenen Verlusten? Du denkst wirklich, dass diese Dinge eigentlich das Verlust wird? Aber wie würde ich es in diesem Weltkrieg sein? Ich bin jetzt. Obito. Obito. Haltes im Herz für andere Menschen zu erfüllen. Nichts als Idealistische Verlust. Nur wenn eine wirkliche Verlusten die Realität und die Gefühle von ihren Freunden finden, sie finden reale Glück. Aber ... ... ... ... ... ... Und jemanden, der nicht interessiert von seinen Freunden hat, ist das Schlimmste. Und? Also, wenn ich ein Trash bin? Wie kann ein Trash wie du fixieren Trash wie ich? Ich weiß nicht, dass ich etwas verändern kann. Alles, was ich dir jetzt geben kann ist, ist Todes. Komm mit mir. Okay, Shinobi Sparrow. Begin! Tja, alles wiederholt sich. Immer wieder. Tja. Ich muss die Distanz. Ich bin sorry. Das ist, wie Obito und ich enden. Jetzt habe ich meine Entscheidung. Ich muss Obito sein. Ich bin ernsthaft. Ich bin ernsthaft. Kamui! Boah, das hat ja aber richtig wenig abgezogen. Hä? Ich bin bereit. So simple-minded. Rain ist in meinem Traum. Das ist genug. Für mich. Du solltest dich verstehen, wie falsch bist. Du bist verloren. Du verlierst. Du verlierst jedes Mal. Ich kann nicht glauben, dass du immer wieder zurückkriegst. Ich glaube, das ist der einzige Ort, wo du wirklich wirst. Ich... Du nicht immer verlierst. Das ist für dich. Das ist für dich. Das ist all ich jetzt kann. Das ist für dich. Ich kriege was für dich. Ich werde das alles istern. Das ist für dich. Das ist für mich zu zu. Für mich. Ich möchte das an den Verein und die Obito sein. Das ist für dich. Und das ist für dich. Ich möchte auf die Welt machen. Ich möchte das ansehen. Ich hab meine Worte! Da! Wie voll. Ich bin noch nicht fertig. Ich bin jetzt ernsthaft. Ich bin jetzt ernsthaft. Ich bin ernsthaft, Benedikt. Mein Gott. Fuck. Es ist vorbei. Obito. Okay. Du kannst diesen gewinnen. Aber... Ich bin noch nicht mehr. 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 Ja. Obito, du warst nur ein Ressourcen, den ich in meine Rehabilitation habe, um zu helfen in meiner Rehabilitation. Von diesem Punkt, ist es meine Zeit. Das Gefühl... Also, das ist es. Sensei... Obito... Es... war es du? So... Fine. Der Rehabilitation nicht erscheint. Ich habe das nie gelernt, Obito. Warum? Well, das war schnell. Jetzt müssen wir einfach mal die Madara und die Krieg enden. Das war so, Obito. Ich habe immer noch keine Rehabilitation. Ich habe das Geht, Obito. Ja, das war blöd umgesetzt mit Standbildern statt Animationen. So versteht keiner, was da jetzt gerade passiert ist. Hahaha, you really thought that was it? My traitorous comrades! What is this? Be careful Sasuke, he isn't the same person anymore. What's going on? He shook out Maru's control. He was prepared to complete the seal from the very beginning. It's probably a Jutsu to absorb the Tentail's power! What? If what you're saying is true... He's... As of now, Obito! Is the Tentails Jinchuriki? ... ... ... ... Ach, da sind wir jetzt erst. Mein Gott! Das ist wegen den ganzen Fehlern im Anime. Da hat man so ein bisschen den Faden verloren. Jetzt weiß ich aber ungefähr, wo wir sind und was noch alles kommen muss. Mein Gott! Das war's mal wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, dass man mich abonnieren und liken kann. Außerdem könnt ihr mir folgen auf Facebook, Twitter und Instagram. Und das ist alles kostenlos. Und das ist alles kostenlos.